Wer bist du? Kron, kannst du gleich machen, wenn wir eingefahren sind. Das Segel ist wieder repariert. Wird. Haben eine Antwort? Jetzt nicht. Wird. Ich war ja noch mal eine. Ich war ja noch mal eine. Ja, kannst du jetzt ausmachen. Hast du mich eben gehört? Nee. Und der Standbild. Ganz großes Kopfkrampf. Oh, hier kann ich mich ankern. Wir sollten schleunigst Platz machen, nicht, dass die die Schiffe schnell rausfahren müssen. Wir sollten keine Störung verursachen. Ah, und die Waffen ablegen. Wir sind ja nun wirklich nicht feindlich. Das ist ein Schiff. Lass mal es so angelegt. Lass mal die Waffen erst ablegen. Ne, Lille. Ja. Was? Alles im Schrank, außer der Hammer. Nein. Dies ist... Ja, liegen. Gute Abend. Gute Abend. Gute Abend. Gute Abend. Gute Abend. Gute Abend. Warte, ich kann nicht an das Land kommen. Bitte in Erlaubnis, an das Land kommen zu dürfen. Wollte ich nicht hier sagen können. Es ist leider nicht möglich. Doch, ihr müsst mit dem Arsch. Äh, es ist hier hinten hin. Okay, dann versuche ich das mal. Oh, mein Gott. Ich bin eine Boje bis hierhin. Nein! Du bist mehr als diese Boje. Du bist ein Lebenkötter. Kannst. Nein! Sag ich doch, geht. So, wie sieht es nun mit der Erlaubnis aus? Hörst du? Klar, Sie können gerne... Hervorragend, danke. Also, Sie sind diese Armada, ne? Oh, nein! Keine rote Säge. Nein, ja. Ich bitte, den Überfall zu entschuldigen. Wir haben Umwege über mehrere Grits gemacht, sodass wir absolut nicht beobachtet werden und auch nicht verfolgt werden. Ah! Sie treffen diese Vorsichtsmaßnahmen, diese. Natürlich, natürlich. Das ist sehr intelligent, diese. Da kannst du die Reine von dieser Cyber abschneiden, Bomber. Was soll das denn heißen? Ich habe noch keinen Besuch nach Hause gebracht. Wirst du dir diese sicher? Was war mit dieser Harregen-Kuh? Die habe ich da nicht mitgebracht. Oh, nicht? Jetzt habe ich so diese gedacht. Ah, okay. Nun ja, was mich hier hinführt... Hey, hallo Jocke. War richtig, ne? Ja, hallo Michael. Hi. Ist ganz einfach. Ich möchte offen sprechen. Ich denke mal, hier in diesem Hafen wird man wohl nicht abgehört. Die Stonesburys haben den Tod meines Vaters verursacht, genauso wie die Armada. Und ich bin jetzt bereit, gegen diese vorzugehen. Ich habe jetzt mehrere Schiffe in Auftrag gegeben. Und mir wurde auch nahe getragen, bei Ihnen nachzufragen, denn Sie sollen auch ein hervorragender Schiffsbauer sein. Äh, ich in der Person bin keiner von diesen Schiffbauer. Ich bin einer von diesen Kanonen, dieser See. Ei, oder ihr Zusammenschluss. Oh, Sie, diese Wurzschi, Sie. Und diese längere Schlafung macht gerade diese. Au. Haben viele das Problem. Oh, Sie, Sie sagen, wir mal diese... Als Pirat hat man gerade nicht diese einfach See. Wie hat der Olaf gesagt? Er schimpfte das als Winterdepression. Ah, so. Nun ja. Als verbreitete Krankheit diese. Ah, ich meine, Sie als Kanonengießer, so in der Regel. Wie viel mehr Schaden machen denn die Kanonen? Die Kanonen, die wir besitzen oder die wir verkaufen? Diese, die sie fertigen für Fremdkunden, sage ich jetzt einfach mal. Wenn Sie gehen von diesen, sagen wir mal, dieses zweieinhalb Meisterstag. Oh, das ist aber nicht stark. Zweieinhalb machen Sie diese? Nö, zweieinhalb ist echt nicht stark. Aber wenn Sie haben die 100% ist diese einfach und diese 250% ist diese zweieinhalb. Ja, ja, also wir haben zu Hause welche mit über 300 rumliegen. Man sieht. Als Pause. Wir haben ja nicht alles in diese freien Verkauf. Nein, nein, das ist voll klar. Ich frage nur natürlich nach. Weil wir haben auch diverse Sachen selbst. Decks mit über 250%. Planken mit 240. Und diese Planken haben wir bei uns ein bisschen mehr, diese Prozent. Ja, genau, das ist das. Ich habe heute ein unglaublich freches Angebot gekriegt. Ein komplettes Schiff für eine Unsumme mit 122% Fertigung. Was ist eine von dieser Unsumme? Ah, das ist Unsumme ist, ja, jenseits der 30. 30.000 für einen Schiff. Ja, und dann mit einer Fertigungsqualität. Naja, die ist Standard noch nur knapp überlegen. Wer baut denn so eine Scheiße? Ich will jetzt niemanden in Verruf bringen, aber die Nordmänner wohl im Moment. Oh, okay. Oder sie behalten das Beste zurück, wie es irgendwie alle machen. Selbst Jansen kann nur, naja, minder gute Qualität herstellen. Wie gesagt, sagen wir mal diese. Eventuell haben wir schon ganz viele von diesen Blanken, nur einfach diese runde, die ganze See. Ah, das ist gut. Und eventuell fällt eigentlich nur diese Wutschi, der ist dieses Zusammensuster von dieser See. Naja, gut, ich muss sagen, Stonesberries wird jetzt nicht das Problem sein. Die kriege ich auch mit der billig angekauften alten Atara in die Knie gezwungen. Aber die Armada ist schon ein ganz anderes Kaliber. Sagen wir mal, diese See sind ja auf diese See-Kampfe mittlerweile spezialisiert. Sie haben ja sehr eine eingespielte Truppe. Ja, das ist richtig. Aber ich habe vor, sie in einen Kampf zu verwickeln und sie dann in eine spezielle Position zu locken, wo eine Galeone mit 40 Geschützen wartet. Ah, jemand, der taktisch vorgeht. Guck, das habe ich dir vorhin diese erklärt. Es bringt nicht diese einfach, in dieses offene Messer zu laufen. Man muss eine dieser Falle stellen. So ist das. Das gefällt mir, diese. Das gefällt mir, diese sogar sehr gut. Ich würde ihn am liebsten einen Zeitpunkt nennen, bis diese Butchi ist wieder wach. Aber ich kann ja diese leider nicht. Ansonsten, was wollen wir dafür? Ja, ne, von dieser See-Kampfe. Ich weiß gar nicht diese. Ich glaube, es wäre fast schon diese genug, wenn jemand anderes noch macht, diese Armada ein bisschen Feuer unter diese Hintern zieht. Ja, erst die Stonsberries, dann die Armada und dann ein Großteil der anderen gierigen Händler. Mir fällt da spontan ein Handelshafen ein, der versucht, jeden abzuziehen. Wissen Sie, welche Handelshafene vor kurzem diese auch abgezogen wurden? Hm? Und das musste diese Messersocke, diese Erzählen. Er hat diese getan. Oh. Er hat ihm diese Ehre gebührt, diese See. So ist richtig. Ja, er hat 20.000 Gold geholt. Ui. Na, dem tut das doch bestimmt nicht weh. Begeistert war er nicht. Klar, ist ein Schäffler. Das denke ich mir. Wir waren schon ein paar Mal in den Hafen, aber das sind alles Betrüger. Alle. Oh, sie. Ich will ja nicht dieses sagen, aber einer von diesen, sagen wir, ist ansässig in diesen Hafen. Der versucht, auf den Verkauf von unseren, sagen wir mal, entwendenden Gütern von Händlern, sagen wir mal, seine Kassenwissen aufzufrischen, wenn sie verstehen, was ich diese meine. Na ja, gut, wenn er es macht, ist ja nicht weiter schlimm. Ich meine... Oh, nein, aber das zeigt bloß, diesem Hafen geht es nicht mehr an diese ganz gut. Nein, das denke ich auch. Gerade wenn man sich die Preise angeguckt für, na ja, minderwertig gut gefertigte Lederrüstungen, wird man dort förmlich über den Tisch gezogen. Ach, sie haben ja ihre Schneiderin an uns diese verloren, sie. Ah, okay, das erklärt einiges. Oder Segel. Also, ich nehme mal als Beispiel unser Segel dort. Das ist geringfügig besser genäht als andere Segel. Für so ein Segel wird man da förmlich ausgezogen, also. Das hat gerade mal 122 Nähte und dies verkaufen die dort als erstklassige Ware. Naja, wenn die nichts anderes haben. Ja, das scheint wohl so. Ja, das ist ja nicht diese hohe Qualität. Nein, nein. Der hatte Besseres. Beim ersten Besuch. Und hat dann Schlechteres angetreten. Mhm. Ich bin gleich wieder. Natürlich. Okay. Das ist aber ein wenig diese Dress. Sie erstmal diese Locken mit einer besseren Segel und dann diese Schmarrn verkaufen diese. Richtig, weil, ja, das ist halt so. Aber in der Notfrist der Teufel fliegen, besser als mit Standardzeug. Oh, Sie, das verstehe ich diese. Wir haben deshalb nur ein Problem mit den Segel. Wir finden keine von diesen guten Bauplänen. Mhm. Aber sonst geht es uns diese sehr gut, sagen wir mal. Sonst läuft diese. Aber Sie sind diese erste Person, die uns nach einer SIP fragt. Ich bin ja diese begeistert. Wir waren heute sogar bei der Armada und haben dort angefragt. Und was hat er diese gesagt, diese Armada? Sie kriegen die Tür nicht zu. Also ehrlich, das ist zum Schießen. Die Armada hat im Moment Probleme, dafür überhaupt Zeichnungen zu finden. Äh, okay. Sie müssen selbst Ihre Uniform kaufen. Auch die Waffen kaufen Sie woanders ein. Okay. Wo kaufen Sie denn diese Waffe ein? Das weiß ich nicht. Aber die haben klar gesagt, sie können im Moment weder Rüstungen, noch Waffen, noch Schiffe fertigen, weil sie keine Zeichnungen haben. Geschweige denn Munition anfertigen. Kaufen alles. Ah, okay. Ja, wir haben sie bei den Kanonengiesern getroffen. Sie waren voller Panik und waren sehr enttäuscht, als in diesen Shops dort keine Munition zu kaufen war. Der Mesterstock hat auch vor kurzem getroffen, diese Kanonengiesers. Ja, die haben die dann diese Gluck-Gluck gemacht. Ah, ich kann nicht sagen, dass ich das schade finde. Oh nein, sie wollten diese Forderung von uns mit diesen 5000 Kanonengugeln pro Woche, als sie dieses Schutzgeld nicht diese sahen. Hm. Ja, ich habe gehört, dass sie abgeschossen wurden. Das haben wir heute auch gehört. Sie waren wohl so dreist, zumindest war es deren Aussage, sie haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Oh sieh, aber dann sollten sie eine schnellere Sieg haben. Ich habe denen gesagt, dass auch Schwarzsegler leben müssen, wenn man immer eine gewisse Menge dabei hat, um zu sagen, passt mal auf, hier habe ich ein bisschen Gold und Rumpf für euch, dann kommt man bestimmt auf einen Nenner. Oh sieh, sie hatten ja diese Möglichkeit. Aber sie haben, so wie wir es haben, die sie mitbekommen, haben sie an dem Ort, an dem wir sie wollten, wie sagt man diese, an dem Ort, an dem sie diese Kanonengugeln, die sie uns, sagen wir, als sie das Schutzgeld hätten überbringen sollen. Haben sie an den Admiral weitergegeben. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die unsere Lager gesprengt, diese See auf dieser Insel. Aha. Ja, ja gut, das ist zwar ein wenig schade, aber nicht so schlimm. Dann holen wir erstmal ein minderes Schiff beim Herrn Jansen, weil es wird Zeit, die Stonsburys in die Knie zu zwingen und auch ein bisschen Unruhe zu bringen, was natürlich auch gute Beute für alle anderen bedeutet. Jetzt ist ja diese Frage, sind sie dann nur eine, sagen wir mal eine, sind sie dann jetzt eine dieser Piraten oder sind sie keiner von diesen? Nun, in erster Linie werden wir als Privatpersonen gegen die Stonsburys vorgehen. Sobald das erledigt ist, gehen wir gegen die Armada vor und da hilft nichts anderes, als den Weg meines Vaters zu beschreiten. Oh sie, ihr Vater war einer dieser mutige Mann. Danke. Er hatte nur diese, sagen wir mal, diese Pech. Das sagen wir alle, er wurde in den falschen Moment von diesem Glück verlassen. Ja, er hat doch wahrscheinlich nicht wie ich trainiert. Ich habe mit unserer einfachen Brigantine, die ich gekauft habe mit voller Bewaffnung, jetzt tagelang geübt, Verdammte zu versenken und ich kann so viel sagen, eine 58er Brigantine, äh Galeone versenke ich ohne einen eigenen Treffer einzustecken. Oh sie, das gefällt mir, diese Kuh. Dann sind sie vielleicht doch eine sehr nützliche Kapitän für eine Schiff. Ich übe. Da muss ich mir diese Butsche, diese Räder, vielleicht können wir da etwas erübrigen. Ja, das wäre schön. Nun gut, dann werde ich erst mal etwas beim Herrn Jansen holen. Wir haben sehr viel Schatzkarten gejagt und getaucht und so. Also leisten können wir uns die Schiffe und wir sind auch bereit, für gute Arbeit gutes Geld zu bezahlen. Merci. Und bis wann brauchen Sie dieses Schiff? Wie gesagt, ich muss sauen, dass ich diese Näsle wach bekomme. Das wird ja diese schwierigste Angelegenheit sein. Natürlich, wenn er wach ist, ist er wach. Wir haben dann damit zwei, beziehungsweise eine könnte ich noch umbauen, drei Schiffe, weil ich gehe ganz klar davon aus, dass die Schiffe auch Schaden nehmen können oder auch untergehen. Und ich möchte sofort mit Ersatz dort stehen und den Kampf fortführen. Wie haben Sie vor, gegen diese Stones-Bowers diese Volk zu gehen? Nein. Ich will auch gegen die Stones-Bowers. Ja, genau deswegen. Ach so. Erstmal wollte ich zusehen, dass ich Sie am Sonntag, wenn der Wochenmarkt ist, da sind die wahrscheinlich auch zugegen, wollte ich denen folgen, beziehungsweise schauen, wie ihre Wege sind und sie dann abfangen und in ein offenes Seegefecht zwingen. Ach so. Vielleicht können Sie, wenn Sie diese haben ausgemacht, wo Sie immer diese Hinsegeln, diese Messersocke, die Sie bezeitgeben, aber ich bin sehr interessiert, die Sie auch zu versenken. Na sicher. Aber ich glaube, das geht noch einfacher. Ich war jetzt sehr oft in den Hafen, habe immer Kleinigkeiten eingekauft, um den Hafen auch ein bisschen auszuspionieren. Und na ja, Sie haben nur eine Ausfahrt und Richtung Port Kadir gibt es ja auch nur einen Weg. Und ja, auf dem Weg könnte ich Sie dann abfangen. Das wird auch eine, diese Ede. Messersocke, was sagst du, diese? Mir reicht nur der Quadranten und deren Insel. Den Rest mache ich mit Winky. Das ist, na ja, das kann ich dir so sagen, wo die Stonesburys wohnen. In A4. Interessant. Werde ich versenken. Die Insel kannst du nicht versenken. Ich wollte gerade sagen, in diesen Quadranten kannst du auch nicht diese versenken. Warte bis Sonntag. Vielleicht machen wir dann gemeinsam was. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Denn alleine ist man vielleicht stark, aber zu zweit oder dritt ist man viel stärker. Ja, aber doch nicht im Quadranten A4 oder in dem darauffolgenden Quadranten. Bis zum Freimarkt ist es weit. Ja, ich bin sehr geduldsam. Ich habe auch kein Problem damit, schon ein, zwei Stunden früher zu warten. Ich meine, du weißt, diese Woche, Mark, fängt zu dieser 15. Stunde an Sie. Richtig. Und das heißt, wenn du eine Stunde vorher bist, an dieser Insel, von dieser Stonesburys Sea, dann kannst du das von dieser Warten auf diese, bis sie lossegeln. Und wenn sie nicht diese schnellste Sieve haben, und vor allem, wenn sie handeln wollen, haben sie vermutlich, sagen wir mal, eine von diesen Handelssieven, ohne diese Bewaffnung dabei, diese Sie, dann werden diese Locker, diese überfallen. Nun ja, eins habe ich erfahren, als sie mir vom Tod meines Vaters schilderten, meinten sie, ihr Begleitschiff hätte meinen Vater entdeckt. Das heißt, die sind wohl mindestens zu zweit unterwegs. Ja, genau. Wenn sie zu zweit sind, dann ist doch alles diese gelaufen. Ja. Bitte, Sie müssen sich mal ein bisschen nachdenken. Und jetzt muss der... War das der Pirat, der vor Porto gerade hier gestorben ist? So wie mir erzählt wurde, ja, Karl Hermann. Für den wollte ich Rache üben. Ei, das ist auch mein Plan. Nur ich brauchte Zeit, mich mit den Gegebenheiten hier vertraut zu machen. Na, er war ein Pirat, somit ein Bruder. Ei, vielen Dank. Dann müssen wir dir doch noch eine von diesen Siefties hier fertig machen. Messer, das ist okay. Ich habe meine Passatela. Deine was? Das ist dein Übungssieft. Passatela. Was ist das für eine Klasse? Das ist eine Pregatina. Bedeutet Albtraum. Ah. Schreibt Ihnen doch einfach die Sieb. Ah, das ist auch eine Möglichkeit. Ach, eins habe ich noch, bevor ich das wieder vergesse. Sie sind Doktor. Stellen Sie auch Medizin her? Ah, okay. Super. So was bräuchten wir nämlich mal. Ab und zu, naja, komme ich in Kontakt mit einem Hai. Oder heute war ich, nee, gestern war ich auch bei einem Jungenbrunnen, weil ich schon über 90 war. Ich habe es zwar lebend rein und raus geschafft, aber trotzdem hatte ich ein paar Verletzungen von dann getragen. Und das Problem an diesen Heilkräutern ist immer diese, die sind nicht diese lange, halbbarer Sie. Die Salbe, die ich herstelle, ist ja nicht so, sagen wir mal, eine Takt-Halbbarer, sondern nur eine von dieser Halbe. Ach, das hält also nicht lang. Das ist immer dieses Problem. Wir haben ja auch dieses Problem, wir müssen uns immer beschaffen, diese Heilkräuter, weil wir haben leider nicht dieses Glück, dass auf dieser Insel wächst dieses. Ah. Dann weiß ich, was ich demnächst als Geschenk mitbringen kann. Oh, Sie, das ist immer die gerne bekommen. Moment. Bitte? Sag doch, jetzt, wo du Geschenk sagst, ich habe da noch was für dich. Für mich? Oh, das bin ich auch. Du hast ein interessantes Oberteil hier an. Wo hast denn das hier? Es sieht aus, als wäre es geplatzt, das beim Anziehen. Ist das dein Ernst, Jocke? Ja, das habe ich letztens hergestellt. Nein, das ist kein Oberteil geplatzt. Oh. Das ist unten vom Körper. Was kann ich dir denn Gutes tun? Sollte ich an jenem Tag nicht kommen können, versenke einfach die Stones bei uns für mich mit. Ei, ei. Ich bin fleißig am Üben. Ich habe schon mehr als 2000 Schuss verballert, nur um zu lernen, mit dem Schiff und den Kanonen umzugehen. Und das hört sich sehr gut an. Äh, Mestras, Jocke, willst du Ihnen zeigen, diese eine Verkleidung, die du hast, hä? Du weißt schon, diese, diese rote. Mein Schiff. Hä? Mein Schiff. Wo ist seine Schiff? Hey, mein Schiff oder was? Verkleidung. Verkleidung. Ah, ja. Äh, entschuldige ich mich mal kurz. Natürlich. Und wie ist diese gleich? Und manchmal ist er ein bisschen dieselbe, neben dieses Wort. Natürlich, natürlich. Aber er ist, ähm, doch, ähm, auf seine Art recht intelligent. Sie, wenn Sie sagen, auf seine Art und recht intelligent, in Anführungszeichen, dann diese, ja, sie. Ja, aber wenn er es wirklich mal schafft, dass Schiffe fliegen, dann ist alles kein Problem mehr. Wenn er dieses darf, dann esse ich einen von diesen besseren Stils, sie. Man weiß nie. Oh, sie. Sie haben sich eine, eine... Aber eines muss man ihm diese sagen, oder ihm diese lassen. Er hat diese Riesen-Eier. Er stellt sich, egal wie mitten in diesen Weg. Ja, richtig. Das stimmt. Vielleicht, ich hab noch eine Kampf-Galleone, zwar einfach gefertigt, aber ich hab noch eine. Vielleicht kriegt er die für Sonntag. Vielleicht ist das was für ihn. Ich glaube, er hat auch noch eine von diesen. Oder hat er diese Saison versenkt? Ich weiß gar nicht diese. Das ist bei der auch nicht so schlimm. Die hab ich für ganz kleines Geld, ähm, angekauft. Wenn die versenkt wird, ist sie versenkt. Oh, er müsste sie, glaube ich, noch diese haben. Oh. Er hat jetzt diese Sif, ich glaube, diese Lucky-Ship genannt, seine Kampf-Galleone. Ah, Lucky-Ship. Er hat diese Hoffnung, dass er dieses Mal ein bisschen glücklicher ist, als mit den anderen drei Schiffen, die hat er versenkt. Ah, ja. Wenn es wenigstens bei Übungszwecken versenken würde. Oh, ja, sieh. Er muss in diesem richtigen Gefecht, die sie lernen, sieh, dann ist diese in Ordnung. Das stimmt. Das ist auch wieder was anderes als gegen Verdammte, aber man lernt das Schiff ein wenig kennen. Oh, sieh. Das stimmt, diese. Und wenn sie dann haben, eine von diesen Schiffen mit dieser höhere Qualität und diese Segel mit, sagen wir mal, diese bessere und höhere Qualität, mit Manetten und alles, dann können sie richtig diese kämpfen, dann haben sie richtig diesen Spaß. Dann wird es diese richtig spannend auf der See. Ah, das stimmt. Ich habe es jetzt schon gemerkt. Ich habe die Geschwindigkeitssegel bis auf eins gegen diese Beweglichkeitssegel getauscht und ich ziehe meinen Schiffshintern aus der Schusslinie und kassiere die Treffer nicht. Und genau das ist diese. Oh, seien sie geklickt. Oh, Herr Admiral. Ach du je. Das hat der gut gemacht. Du siehst bis auf die Fülle fast original aus. Aber wo ist denn die denn her? Es könnte eventuell sein, dass einer von unseren Mitgliedern den Admiral hat, diese K.O. gehauen sie. Nein. Oh, eventuell doch diese. Oh, Tatjana, hol mal ein paar rum. Das haben wir uns verdient. Den Admiral K.O. gehauen. Du hast den doch auch. Oh, die hat die nicht gleich entführt. Wissen Sie, wie quengelig diese Admiral ist diese? Ja, ich hab's mal mitgekriegt, als er sich mit ihnen geprügelt hat und dann im Hartnusshafen war. Und was noch? Wissen Sie, wir ratten erst eine von diesen Kot. Kennen Sie diesen Kot von dieser HHG? Ja, das ist der Rüstungsschneider. Das war eine Katastrophe. Dieser Typ, der ging mir so auf diese Eier. Der konnte nicht seine Maul halten. Der hatte die ganze Zeit nur diese gequassert. Ja, leider Gottes haben wir ihn im Dierenhafen erlebt. Oh, sie. Jetzt stellen Sie sich vor... Um ein Pferd zu steuern. Ja, ich sag ihm, er war sehr aggressiv. Und er hatte nicht verstanden, warum wir sein Leben gegen das Leben von einem Tiger tauschen wollen. Nun ja, ob Tiger oder nicht Tiger, wenn es hier ums Recht geht, beziehungsweise um das, was einem zusteht, dann ist alles Recht. Oh, siehe, eben diese. Und das hat ja nicht so die ganze Zeit verstanden. Dass es bloß geht, dass ich habe, diese Druckmittel, um meinen geliebten Schuhkurs wiederzubekommen. Oh, Mann. Oh, siehe. Es hat leider nicht diese funktioniert, aber naja. Hm, das ist schade. Diese Fehler werde ich gerne dieses zweites Mal machen. Mit diesem Code lasse ich mich gar nicht ein. Wenn ihr redet, dann haue ich ihn an über den Settel und er ist hoffentlich dieses Deal. Aha, also weiß ich Bescheid, wen ich am besten in Ruhe lasse. Oh, siehe. Außer sie wollen Kopfschmerzen und äh... Also. Ja, viel passiert in letzter Zeit. Hm, interessant. Ja, man, man, man redet über die Piraten. Ja. Ich meine, wir kommen viel rum und wir kriegen auch viel mit und ähm... Ja, man redet drüber. Manch einer traut sich aus seinem eigenen Hafen nicht mehr heraus. Man sieht, es hat diese Wunder, weil diese funktioniert. Am Anfang haben sie über uns diese gelacht und jetzt, sagen wir mal diese... Haben sie ein großes Problem? Ja, richtig so. Aber die Armada kann nicht überall dieses sein, wissen Sie? Richtig, das geht nicht. Und so langsam, sagen wir, die anderen Piraten-Cruise, die in diesen Gewässern sind, die sind unterwegs. Äh, unter eines, sagen wir mal, eine gemeinsame Tiefs zu bekommen und gemeinsame Aktionen, diese zu planen. Hm, das hört sich sehr schlau an. Das macht Sinn. Vielleicht kann man dann auch mal, naja, die Armada in einen Kampf verwickeln und in eine gewisse Richtung lenken, wo dann eine ganze Flotte wartet. Oh, wir brauchen nicht eine Flotte. Äh, kommen Sie mal, ich finde diese mit Sie. Aha. Ich will Ihnen eine von diesen Sieg zeigen. Nun ja, aber eine Flotte ist schon sicherer. Wenn Sie sagen, es gibt mehrere Gemeinschaften, dann lohnt es sich, dass da mehrere Gemeinschaften stehen. Das stimmt, dieses Sieg, aber es reicht im Endeffekt so, wenn wir diese eine Sieg, dass ich Ihnen jetzt zeige, einfach, äh, auf, an einer bestimmten Stelle wartet diese Sieg und dann kommt diese Armada und dann kriegen die eine Fotilatze. Natürlich, aber Sicherheit geht vor. Die Armada, ähm, ist recht unberechenbar, besonders bei ihrer, äh, nicht Koordination. Okay, sagen wir mal, diese, das ist unsere Flagg-Sieg, äh, von dieser, von dieser Brigantinentyp-Sieg. Aha. Ach, Sie, das ist dieser Deathbringer, Sie, diese sehr tödlich. Ah, ja, der Name sagt alles. Sie sind noch nicht diese fertig gebaut, diese, es fehlen noch diese Kanonen auf diese Decke und, äh, die werden auch noch in die nächsten Tage, die sie kommen, sobald meine, äh, Schießbau ist, wieder diese anwesend. Mhm, 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 mhm. Aber das eigentliche Sieg, dass ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist auf diese andere Seite. Hm, gut, Tannchen. Wir haben doch ganz gute Kanonen, ne? Ich glaube, ich zeig dir den gleich mal. Vielleicht steuern wir die für Ihre Sache dazu. Hm. Sie müssen, ich, ich sage mal, es ist sehr lieb von Ihnen, aber diese, wir haben sehr starke Kanonen. Wir sind, sagen wir, nur diese, wie sagt man diese? Wir warten auf diesen richtigen Moment, um diesen richtigen Slug zu versetzen, dass Sie erst mal ein paar Wochen an die Rumhäulen sind in dieser Portcadias. Natürlich, aber vielleicht schauen Sie sich trotzdem das mal an. Vielleicht ist es doch interessant, weil zwei Schiffsbauer sind heute die Augen rausgefallen. Oh, okay, und das bin ich, diese Serviceplan. Vielleicht. Aber das ist die, das ist die andere Sieg von uns, diese Pestilenz, ne? Das ist von meiner Siegbauer, diese Sieg. Der hatte, sagen wir immer, auch diese bessere Kanonen, als ich diese auf meine Defbringer Sieg. Der ist hier voller Name. Und die Pestilenz, diese. Oder welcher Name meinen Sie, diese? Von dem Schiff. Ah, sehr zweckmäßiger Aufbau. Das ist, es ist nur diese, es geht nicht um diese Edele, das... Ne, absolut nicht. Das ist mein Lieblingschef. Ah, sowas habe ich auch im Hafen zu stehen. Geht mal ruhig hoch. Ach so, ja gut, dann danke. Dann ist ja diese Worte. Tantje. Das ist die La Bestie, Neclas, sie? Oh, oh, oh. Das ist unsere Vernichtungsmaschine, diese. Sobald diese, sagen wir mal, die sind die richtige Position. Das sind alles die Kanonen mit mindestens diese 270 Prozent, diese Durchslagskraft, sie? Was sagt Ihnen denn 3,2-fachen Schaden? Das hört sich auch diese gut an. Was sagt Ihnen 4,5-fachen Schaden? Oh, 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 oh. Na, ich... Wir haben einige von diesen Kanonen, sagen wir mal, auf diese Lager, sie. Aber, wie gesagt, es kommt... Wir müssen den richtigen Zeitpunkt dieser Abfahrt. Richtig, genau so ist es auch. Ja, das ist eigentlich eher diese, wir wollten alle diese Schwatzsegler unter einer Führung oder, sagen wir mal, diese Vereinen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Leider ist es in diese letzte... In die erste Woche, als wir haben diese gemacht, unsere kleine Piratenrat, hat alles diese wunderbar funktioniert. An diese zweite Woche ist keiner von dieser aufgetaucht. Und heute war nur eine Person, diese da von einer anderen Piratencrew. Oh, weh. Ein wenig, die sehr enthäuschend. Das ist das Problem, diese anderen Piratencrews haben zu oft einen auf dieses Maul bekommen. Die haben alle keine Eier. Das sind bestimmt die, die uns auch, oder mir, die Bären abgenommen hatten. Naja. Armselig. Das war die, äh, die eine Piratencrew, die ich, sagen wir mal, nicht erschienen letzte Woche, war eine von, äh, von ihrem Vater, oder diese? Ja, genau. Diese haben mich auch überfallen. Auch der Mann, der mich durch ihr, ähm, Hauptquartier geführt hatte und mir das Schiff meines Vaters gezeigt hatte, war ebenfalls von der Partie. Ach so. Ich habe gedacht, dass sie sind ein wenig diese Slauer und, äh, man kann nicht mehr so und sich mehr auf diese verlassen, aber irgendwie sind das, äh, nur, irgendwie, Witzfiguren, diese. Ei, so scheint es. Sonst, äh, jetzt haben wir noch, äh, sagen wir, Kanonen, die machen diese Big Big Boom. Und das sind die Krossen. Die sind extra so, sagen wir, diese platziert auf diese Sifters, wir haben, äh, eine, diese höchste mögliche Reichweite, ich sehe. Mhm, ja. Na ja, das sieht schon gut aus. Also, sie sind ebenfalls wie ich eher ein Denker, der sagt, na ja, lieber in langsamen Schritten und erfolgreich, als in schnellen Schritten und stolpern. Man sieht so etwas in diese Richtung, sie. Mhm. Und es macht dir ein bisschen mehr Spaß, wenn dein Feind ist, sagen wir, nicht so ein kleines Weckling, sie. Ei. Wegen. Du musst auch ein bisschen, ein bisschen diese Katze und Maus, diese Spillen. Richtig, das stimmt. Oh. Naja, gut. Dann bestellen wir das, ähm, erste schon mal gleich beim Jansen, dann haben wir mit den Zweien bei uns im Hafen schon mal drei. Und, ähm, dann ist die Stonesbury sehr, sehr bald fällig. Also, ich glaube, schon diese Woche. Das wäre sehr schön. Wenn Sie Messersorger wollen, ihr gesypt geben, davor, dann wäre das noch besser. Oder diese, weil er will auch unbedingt diese Kämpfe. Natürlich, natürlich. Ich werde ihm Bescheid sagen. Er ist, ähm, ich, ich, ich möchte ihn meinen Freund nennen, genauso wie Struther. Also, der Socke, äh, Jocke ist mir ganz ans Herz gewachsen. Tut mir leid, aber es ist so. Na, süß, das ist dieser vollkommen in Ordnung. Er ist ja auch einer dieser feine Kerl. Ja. Wenn er nicht zu einer Frau sagt, er möchte ihm Baby in diesen Bauch machen oder so, ist solche Seite. Hm, ist aber direkt und ehrlich. Oh, sí. Aber es war diese Frau, wo er hat, hat diese Finger davonzulassen, diese. Oh, nein, das ist nicht gut. Ja, da wusste ich noch nicht, dass er doch was mit ihr, wie soll ich sagen, gemeinsam haben. Hm, da musst du erst fragen, ob sie liiert ist oder nicht. Ja, sie sagte nein. Hm, dann doch nicht dein Fehler. Nein, egal. Frauen sind eine eigene Sache, das verstehe ich schon. Werd nicht falsch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du kriegst ja gerne auf diese Deckel. Das ist mein Tantchen, das ist nicht so schlimm. Hey, Doc. Oh, sí. Aus Hülsen davon werden wir Michael und Tantchen für den nächsten Piratenrat einberufen. Hast du vorhin dieses zugehört? Nein, ich war mich umdrehen. Okay, dann erzähle ich dir diese nochmal. Sie wollen zuerst sagen, weil diese Stuntsbrüse, diese Rache nehmen, sí? Und dann ist diese Admiral dran und dann wollen sie diese Schwarze Segel auf ihre Sifte und sí? Ei. Ich denke, dass das besser ist, weil ich glaube nicht, dass ich mir den Zorn von zwei Parteien aufbinden sollte. Och, wir haben es schon gesagt, den Zorn von vier oder fünf Parteien auf uns zu sehen. Uhuhu. Aber irgendwie sind wir trotzdem noch an diesem Level. Ja, gut, aber sie sind deutlich stärker und besser aufgestellt. Das würde ich ja nicht unbedingt dieses sagen. Wir können genauso geschlagen werden wie jede andere auch. Das ist schon richtig, aber Sie haben die Möglichkeit, ein Schiff mit mehreren Mann zu entern, ohne Blutvergießen. Und wir wären in dem Falle zu zweit und da funktioniert das nicht. Oh, ich glaube, Sie würden diese auch hinkriegen. Ihr Vater hat es fast gesagt gegen drei, habe ich diese gehört. Ui. Dortmund hat ein Zorn von zwei erzählt, glaube ich, oder? Nee. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten die Dreistigkeit, mir das zu erklären. Sie wissen, jeder sagt ein anderer, dieses Saal. Aber er hat trotzdem diese versucht, nachdem Sie es sieht, schon ist diese halbe, oder war schon diese untergegangen. Ich kenne nur diese halbe Gesichter nicht mehr, wie diese. Naja, also es ist wohl, die haben das Schiff versenkt und er hat sich mit dem Enterhaken drangehangen und sie haben ihn erst viel später entdeckt, das Begleitschiff. Und dann ist er wohl an Bord und ich saß den Henkern meines Vaters gegenüber. Das war sehr, sehr, sehr schwer, den nicht sofort den Hals umzudrehen. Ja, Sie, jetzt kann ich diese nachvollziehen, Sie. Ja, so ist das nun mal. Aber sie werden bluten. Es ist soweit. Oh, Sie, es wird eine März von diesem Blut sein. Ja. Nun gut, dann wollen wir sie nicht weiter aufhalten. Wir werden auf jeden Fall Bescheid geben. Jocke, habt ihr sowas wie irgendwo, wo wir einen Zettel hinterlegen können? Oh, Sie, warten Sie gesehen. Wir zeigen Ihnen diese auf dieser Rücke. Super. Dann können wir Ihnen ja noch Buddy zeigen. Oh, Sie, wir können auch diese Buddy zeigen, Sie. Oh, das war eine... Das war eine Sprung, die ist es soweit. Sind alle unten. Hi. Ich war sogar eine Runde, die sie baden. Ah, das gefällt, Tarnchen. Ich mag Männer, die frisch gewaschen sind. Dann sollten Sie sich vielleicht öfters diese waschen. Äh, ich gehe jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend baden. Oh, das ist sehr genügend. Da haben Sie diese recht. Ah, schauen Sie, hier ist eine von diesen Friedkasten. Ah, hervorragend. Und wenn Sie, wenn keiner von uns sagen, der ist gerade in dieser, auf dieser Steak oder in dieser Hafensee. Wenn jemand ist von uns, diese da, dann ist immer diese Licht, die es an Sie. Ah, in Ordnung. Da können Sie einfach diese Leute. Ah, okay. Dann wird jemand diese kommen. Hoffe ich zumindest diese. Ist besser, als den Brief da reinzulegen und wer weiß, wer ihn liest. Oh, ich glaube nicht, dass viele Leute kommen hier, diese... Ah, na dann. Der Admiral war nur zweimal diese hier, sie. Ne, doch, zweimal diese, sie. Beim ersten Mal haben wir ihn diese verjagt. Ich sag doch, das sind Pfeifen. Weil er wollte, dass wir... Was war diese... Kennen Sie noch diese... Wie heißt diese? Diese... Ja, von diesen Nordmännern. Es ist schon dieses Werte, was diese Lecken hat. Ne. Und dieses Genia Braggis. Fragt mir nichts. Okay, sorry. Da war... Er hatte auch eine Kopfgeld aufgesetzt von diesen 5000, diese goldigen Stücke, sie. Mhm. Ah, ne, 25.000. 25.000 war dieses Sie. Und die Armada hatte Unterstützung gesucht, um diese, sagen wir mal, gefangen zu nehmen, sie. Ja. Und dann habe ich es, sagen wir mal, gesagt, wir sind hier in einer Gemeinschaft, wo wir... Tun abstimmen, diese Demokratie, sie. Mhm. Und wenn nicht alle sind diese Anwesenden, kennen wir nur diese nicht abstimmen. Dann hat er uns diese Zwechlinge genannt und... Und sonstige Dinge. Er war lustig, er hat gemeint, er ist einer dieser Komiker. Mhm. Und da war die Meinung von dieser Anwesenden, wir müssen ihn verjagen mit unserer Tiger. Hat die wunderbar funktioniert, er hat diese Abdampfung gemacht. Ja, ich habe schon öfters das Vergnügen mit der Armada gehabt, ähm, weil ich einfach wissen wollte, wie die funktionieren und wie die ticken. Ähm, ich war früher auch bei der Nähe, wie bis mir mein Kommandant auf den Senkel ging und, äh, dann ist er auf hoher See verschollen gegangen. Ach, sie. Soll ist, weil man hier diese Probleme... Ganz genau. Und diese Armada ist, ähm, ja, sagen wir, sehr undiszipliniert. Oh, einmal diese und sie haben einen Zwerg als, sagen wir mal, äh, als Kapitano. Die sind Mr. Revegas. Mhm. Und die Zwerge verbreiten diese Schwarzerra Tempest, diese sie. Ach so. Das ist das, was ich gegessen habe. Ganz gefährlich, diese Krankheit. Wo diese Zwerge sind, sind auch diese Ratten. Äh, okay. Das ist so, aber das ist, haben wir eine Nachforschung, die sie ergeben. Ja, sie sind der Doktor. Das glaube ich, ohne nachzufragen. Ach so. Schlimm. Deswegen halten sie sich von diesen Zwergen, diese Fern. Das sowieso. Ich versuche nur immer, so ein bisschen was rauszukriegen und dann spricht man mit denen. Das Schönste wäre gewesen, hätten die mir ein gutes Schiff gebaut, dann hätte ich dieses Schiff in den Kampf gegen sie selbst geführt. Das wäre auch diese interessant gewesen. Nicht, dass sie erschrecken. Ein oder zwei Parteien nennen uns Piratenjäger. Das ist ein Gerücht, was nur ein bis zwei Parteien bekommen haben, weil wir wissen wollen, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns diese jagen wollen. Das würde nicht so viel Sinn machen. Nee, dann wären wir nicht von Anfang an recht gut zu sprechen gewesen auf Schwarzseegler. Ach so, das denke ich auch, diese... Nur man... Manchmal ist es ganz geschickte, solche Gerüchte, diese zu verbreiten, diese... Genau. Und ich schaue, wäre ein Arschloch und wäre nicht diese... Richtig, das ist der Sinn der Sache. Und deswegen sagte ich das, jetzt kann ich hier frei sprechen, weil wir haben darauf geachtet, nicht beobachtet zu werden und nicht verfolgt zu werden. Oh, das ist ja sehr klug. Sollte ich mal diesen anderen Leuten auch diese raten werden, bevor sie unser Hafen diese betreten? Ja, ganz genau. Für normale Plänkeleiten ist das egal, aber für sowas... Ah, ich sage immer, dieser Hafen wird dann noch bald ein bisschen diese umgebaut. Dann wird es ein wenig, diese Spiria hier reinzukommen. Weil irgendwie hat diese Hartnuss von irgendeiner Person die komplette Liste von unseren Ziefen bekommen, die wir besitzen. Und das ist mir immer noch eine dieser Rätsel. Ich weiß es nicht, wer von unseren, sagen wir, Handelspartnern, dieser hat diese verraten. Oder wer sonst sich hier umtreibt. Auch das möchte ich diese nicht nochmal eine dieser erleben. Natürlich, natürlich. Ich meine, die Ziefen kann dann irgendwann jeder diese kennen. Das ist gar kein dieser Problem. Aber auch Ziefen, die, sagen wir mal, nicht mal diesen Hafen regelmäßig verlassen, die hier sind seit dieser Woche und stehen sie. Wenn dort die Namen sind bekannt, dann heißt das wiederum, da muss jemand hier gewesen sein. Naja. Das stimmt. Und das werden wir jetzt verhindern, wie sie in die Zukunft kommen. Ja, das ist auch richtig so. Ich meine, ich hatte das Zusammentreffen mit diesen komischen Pseudo-Piraten, ich nenne sie mal was, Schober-Piraten, und da habe ich auch gesagt, ich kenne einige Schwarzsegler und da frug er mich nach den Namen. Ich so, Namen sind wie Schall und Rauch, gehen sie gar nicht sein. Aber ich kann ihn meinen nennen. Und da wurde er dann ganz still. Wie war der Name von diesen Pseudo-Piraten? Sie selber sagten, wir sind die Hydra. Die einzelnen Personennamen kenne ich nicht. Ich weiß nur, der eine sehr kleine Mann war wohl angeblich ein Freund meines Vaters. Angeblich. Und dann haben Sie Skinner Braggins an diese getroffen. War er etwas dieser Ründliche? Nee, der zweite ist auf dem Schiff geblieben. Nur der eine ist herübergekommen. Er war sehr forsch, schnell. Es sah so aus, als ob er nur schnelle Beute machen wollte und wieder weg. Okay, dann haben Sie sich doch nicht in diese getroffen. Weil er ist ein Teil von dieser Hydra gewesen. Also. Diese waren, trotz ihrer Geschwindigkeitssegel, nicht in der Lage, mich und unseren Schoner einzuholen. Und dann haben Sie eine ganz schlechte Sicht gehabt, die Hydra. Ja, oder es war schlechter Wind. Ich hatte dann hinterher tatsächlich die Segel eingeholt, weil ich das Gespräch suchen wollte. Das war der einzige Grund, warum Sie mich überhaupt kriegten. Ich verstehe diese... Sie wollten Informationen, die Sie haben. Ich wollte mit denen sprechen. Ich war auf dem Weg zu den ehemaligen Freunden meines Vaters. Ich sage es extra, aber das ist wohl nicht der Fall. Weil ich halt noch wissen wollte, was sie sonst noch wissen. Weil ich hatte neue Sachen erfahren. Aber dass ich dann von den Herren überfallen wird und er dann, ja, sei die Identität abstreitet, obwohl ich sehr gut Stimmen und Situationen mir merken kann, das ist unsinnig. Ja, das versuchen einige dieser Leute. Ja, aber ich meine, ein bisschen Ehre muss man doch im Hintern haben und zu dem stehen, was man tut. Ja, das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Es gibt so einige, vor allem bei diesen Händlern, die sind ein bisschen ehrenlos. Ei, eigentlich alle Händler, die ich kennengelernt habe. Ja, und das ist ein großes Problem. Wenn sie dieses nicht lernen, diese einfache Tour, dann müssen sie lernen, dass sie auf diese Art geht. Ja, richtig. Und deswegen muss man sie dort treffen, wo sie nahm diese meisten weh tut. Wenn man ihren Handel schadet und wenn man sie ausrüstet. Richtig, richtig. Man muss den Handelspartnern suggerieren, hier kannst du keinen sicheren Handel machen. Ja, ich habe auch gehört von einer, sagen wir mal, von unseren Informanten, den Herr Strieffel, der ist immer wieder unterwegs. Ah ja, der gute Schlösser. Ja, sie, dass dieser Hafen von dieser Art Nuss ist nicht mehr so, die sie ganz gut besucht. Ja, er ist tatsächlich, die Male, die wir da waren, immer sehr leer. Sie schließen extra die Tore auf, sagen ihren Wachen Bescheid. Ich sage ja, es spricht sich dieser Ruhm, wenn ein Hafen ist, erstes Mal in diese Konflikt. Ja. Das stimmt. Naja, und das wird den Stonesburys auch blühen. Na, das hoffe ich, diese See. Ich warte schon seit, ich glaube, zwei oder drei Monaten auf meine schwarze Pferde. Ich habe diese immer noch nicht bekommen. Oh. Na, Sie. Das ist ja ein fast unhaltbarer Grund. Gut, ich habe noch nicht diese gesahlt, aber ich habe eine von dieser Bestellung dieser aufgegeben. Und ich möchte meine schwarze Pferde dieser Abend. Natürlich. Wir mit unseren Waffen. Wir mussten auch drohen, dass wir den Hafen in Schutt und Asche legen. Und dann waren die Waffen plötzlich heute da. Wo haben Sie diese Waffen, die Sie besucht? Bei der Kanonengießerei. Ah, Sie, bei diesen Feiglingen, diese. Okay. Mhm. Das sind auch so Leute, die lutschen diesen Arsch von diesem Admirale. Okay. Das ist immer noch nicht. Wie gesagt, Sie hatten diese 5000 Kanonenkugeln. Das ist für die eine Klacks. Sie machen doch nichts anderes, als diese Kanonen zu diesen. Natürlich. Können Sie auch diese 5000 Kanonenkugeln, die Sie im Bären sehen? Wollten Sie diese nicht? Und dafür einen sicheren Schutz? Hm, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, Sie, wir hätten sie sogar verteidigt, wenn andere Pirate, in Anführungszeichen, sie, sagen wir mal, betrot, überfallen oder sonst was die Säten. Oder sie wären dann im Konflikt gerade mit anderen Händlern. Bei denen wir das ja auch unterstützen. Was, Sie wollten diese nicht? Das ist doch... Hm. Das wäre eigentlich ein schlaues Geschäft für beide Seiten geworden. Oh, Sie. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, als was jetzt mit diesen ist gesehen. Ein Schiff verloren. Gold verloren. Irre Probleme. Irgendwie sagten Sie, Sie wären ausgezogen worden. Das könnte gut, diese Säine. Messersocke ist manchmal diese... Äh, sehr, wie sagt man, sehr genau diese Sä. Wer weiß, was Sie in den Taschen haben. Das ist ja richtig. Am liebsten müssten wir sie auch noch diese umknüppeln, ne, mit einer von diesen Knüppeln und einem Zaun und sie bewusst aussehen, ob die uns nicht irgendwie was diese Fristecke vor uns ließen. Also so Holz, wie ich bekommen habe, glaube ich nicht. Okay, dann ist diese gut. Sie erzählten uns sehr abbrust, dass ihnen alles abgenommen wurde, selbst die Klamotten. Sie können froh sein, dass die deren Eier noch haben. Na, die kannst du nicht kochen, das macht doch keinen Sinn. Was willst du damit? Das wollte ich auch gerade diese Frage. Reicht die Mutti auf der Schulter nicht? Ja, doch. Aber dann haben zwei Leute weniger, die Kronio wählen. Und so habe ich zwei mehr. Das funktioniert so nicht, Jocke. Das funktioniert so diese überhaupt nicht. Ich habe irgendwann noch ein Gespräch mit diesen Bähnchen und diesen Blümchen gesehen. Oh, Horror pur. Jocke, das wird ein Albtraum. Danke, ich hoffe, Mann, Schöpfe. Ja, aber du musstest dir anhören, das Gespräch. Aber so eine Horrorgeschichte hast du noch nie gehört. Oder das wird diese Aufgabe von dieser Auswahl ziehen. Das wird so eine Prüfung dir diese Geschichte von diesen Bähnchen und Blümchen zu erzählen. Oh, Herr. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Was weiter untersteht mehr? Oh, sieh, und wem unterstehst du diese? Ja, die habe ich auch mal eine Prüfung. Oh, sieh, dann prüfe ich deinen Prüfling über deine Prüfung. Ich muss ja prüfen, ob deine Prüfung für deinen Prüfling eine angemessene Prüfung ist. Für den Prüfling. Ich verstehe. Da habe ich noch eine andere Frage. Wir sind ja ursprünglich als Abenteurer aufgetreten und haben da auch einen gewissen Spaß dran. Nun war ich ja heute beim Brunnen der Jugend und da kann man wohl einen Stein bekommen. Wissen Sie da mehr drüber? Sagen wir mal diese. Ich habe Gerüchte gehört, dass es gibt so eine von diesen Hydras. Sieh, nicht diese die beraten Hydra, sondern eine Hydra-Hydra. Was ist das? Eine große, eine große, lange ähnliche gewesen. Sieh, mit ganz mehreren, diese Köpfe. Ach ja, die werden wir bald töten. wenn sie, wenn sie, wenn sie, sagen wir mal diese, wenn sie sind, wenn sie zu zweit, dann bekommen sie zwei von dieses drei, sieh. Ah, wenn sie sind, fünf, dann bekommen sie fünf von dieses drei, wenn ich diese, sagen wir mal, diese alten Strüften, glauben darf diese. Und, wenn ich, diese C-6, kennen sie C-6? Ich glaube, das ist der Verrückte, der mich angesprochen hat und meinte, was Riesenkraken verschlingt alles. Oh, sieh, genau, dann haben sie den richtigen, der Kraken fickt diese alles, sagt er immer diese. Ja, richtig, der lässt sich doch von der Krake fickten. No, das hat er nicht diese so gesagt, das hast du nur diese falsch verstanden. Was hat er gesagt? Okay, dann hat er dieses gesagt, wenn du diese glücklich bist, dann diese. auf jeden Fall, es gibt, wenn ich diese ganzen, sagen wir mal, alten Geschichten, die sie glauben darf, gibt es auch diese ganze Atlas, neun von diesen verfluchten Inseln. Aha. Und dann müsste es auch neun von diesen verfluchten, ähm, Steinen. Von diesen Steinen gibt es mehrere diese. Aber es gibt, du musst dieses, dieses Steinen, die du bekommst, äh, von diese Hydra oder von diesen Drachen. Drachen gibt es auch diese. Oh. Habe ich übrigens selbst diese gesehen. Ich musste vorne diese Früchte entziehen. Ui. Oh, das war, sagen wir, nicht ganz so schön. Ich habe mir, meine, meine Haare, sagen wir, leicht angesenkt, diese. Hm, aber sowas kann man fangen. No, das habe ich auch diese gehört, aber ich habe auch gehört, dass diese, nicht so lange diese anhält. Die Drachen sind ganz wilde, die ich habe. Ich meinte, fangen im Sinne von Einsperren, um ihn leichter zu töten. Ach so, diese fangen. das habe ich noch nicht diese gehört. Das ist, macht aber auch diese sind. das hoffentlich diese. Auf jeden Fall gibt es neun von diesen verfluchten Inseln, diese, sieh. Ja. Und wenn man, nachdem man diese, diese, äh, Steine von diesen Hydra erhält, nachdem man diese besungen hat, muss man zu einem von diesen Inseln gehen und da gibt es und da gibt es doch diese, überall gibt es diese Jungbrunnen. Das ist nicht nur diese eine Insel. Wir haben bereits drei verschiedene Inseln gefunden. Ach so. Und meiner Vermutung nach gibt es dann auf diese andere Insel auch, das würde nur diese Sinn machen. Ja, ich verstehe. Und dann gibt es diese Überlieferung, wenn man alle neun versiedene Jungbrunnen aufgesucht hat, diese, und diese Steine praktisch dort aufgeladen hat, dann sehen sie ihren Kompass, sehen sie diese. Ah, ja. Und dort gibt es auch neun von diesen Steinen, sieh. Ja. Und dort vermute ich, dass diese Steine, diese reingelegt werden, wenn sie diesen aufgeladen haben. Ah. Und wenn ich diese Seasix glauben darf, er sucht nämlich nach, eine Glas voll Dreck von diese ganz, 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 diese weit weg, sieh. Mhm. Und ich glaube, damit meint er diese, gerade diese Steine. Ah. Und wenn er alle neun von diesen hat, sieh, meint er, er könnte diese Krage entweder zwingen. Ob das wirklich die Steine, weiß ich diese nicht. Aha. Oh, sieh. Wie gesagt, es sind sehr viele Wende und diese Abas. Ja, natürlich. Informationen von dieser Physik. Aber er hat sich als diese Klagenjäger diese vorgestellt. Und er botete Apokalypse und was der was. Bei mir auch. Anhänger von Zastafarius. Oh, Mann. Ja, als ich heute da im Jungenbrunnen... Ach so, ist auch einer. Ah, okay. Er hat mich als erster begrüßt. Er nennt es dieses Bändeneintreiber. Ja, als ich heute in C4 war und die ganze zum Jungenbrunnen mich durchgekämpft hatte und die ganze Höhle ausgelöscht hatte, hatte ich Zeit, mich umzusehen. Und da bin ich dann auf dieses Objekt gestoßen. Ah, auf diese Jungenbrunnen meinen Sie oder welches Objekt? Äh, beim Jungenbrunnen war noch so ein Objekt und da stand irgendwas von Steinen. Ah, seh. Da müssen sie diese Steine einsetzen. Ach so. Dann vermute ich mal, dass diese werden aufgeladen. Leider das macht diese Höhle. Hm. Manchmal verstehe ich diese Messersocke. Aber Tantchen, das ist doch was für den Frühsport. Morgens mal ein bisschen Bewegung. Man kann ja nicht nur immer Leute versenken und Theater machen. Das wäre vielleicht auch mal eine Option. Richtig. Ja, dann vielen Dank für die Infos. Das ist interessant diese Gesichter. Und wenn Sie diese sagen wir, wenn Sie alle von diesen Steinen haben, diese zusammen Sie und Sie finden einen Weg, um diese Kraken zu beschwören. Sie geben Sie uns diese beiseite. Wir wollten die Kraken auch eine auf diese Mütze hauen. Ah. Ein Geschenk. Mittag schön. Ist aber nett. Du lernst doch noch etwas, dass du immer mit einer Dame umgehst. sie. Ja, bei Tantchen wärst du mit Blumen nicht weit gekommen. Du behältst aber jetzt deine Granaten für dich, diese. Sie ist auch die erste Frau, die mich flachgelegt hat. Oh Gott. Äh, was? Ja, nur, sie hat ihn auf den Boden gelegt. Ausgeschaltet. Ausgenockt, diese? Ja, mehr oder weniger. Diese flachgelegt nennt man auch ein anderes Ding, das ist sie hier zweideutig. Deswegen sagt der Jocke das immer. Ich weiß nicht, ob er ist, diese Bewusstheit. Ich kann gerade nicht sagen, ob er wieder auf diese Rauchblatt oder nicht ist. Kann natürlich sein. Nun gut, Herr Doktor, dann danke ich Ihnen für die Informationen vielmals. Immer wie sie. Und ich denke, wir werden uns dann in den nächsten Tagen nochmal wiedersehen. Wir sind immer zu dieser 18. Stunde die sind da. Ja, richtig. Wir hatten es jetzt einfach mal, nachdem wir alles abgeschüttelt hatten und zigmal Umwege gefahren sind, einfach versucht. Wir wussten, es ist spät, aber ein Versuch war es wert. Sehr erfreut. gerade gerade noch mal diese aufgestunnen. ich wollte Messer Socke noch mal darauf aufmerksam machen, dass ich für den morgigen Tag sehr viele von diesen Stein Strukturen brauche. Oh si, das habe ich dann auch diese erfahren. Was von dieser Fleiß. Ja, den kann man gebrauchen. Oh si. Manchmal ein bisschen diese weniger. Aber das ist mit allen Leuten so. Natürlich überall, da haben wir alle unser Festlein zu tragen. Gut, dann verabschiede ich mich, bedanke mich nochmal und bis die Tage. Bis diese Tage. Günstige Wände diese und wollen sie wenig oder viele diese verdammte viele 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 Das gefällt mir diese das wünsche ich mir auch immer. Was waren das heute? 15 oder 20? Das waren mehr als ich die ich bin die letzte Tage ich komme nicht mehr raus deswegen haben wir nur ein kleines Lager. Wir haben nur ein kleines Lager. Jeder kennt mich als Schiffs Ankäufer und Verkäufer nur habe ich noch nie ein Schiff verkauft ich kaufe nur Kriegsschiffe aber das merkt irgendwie keiner. Oh jetzt ich möchte ja noch Sie sehen Armada ist hier nicht diese willkommen Ja richtig Da vorne ist der ganze Stolz Sie müssen jetzt so tun als wir sehen was er hat Ja Sonst ist er diese beleidigt Mössere Socke Was möchtest du dieses sagen Ein schöner Pinguin und ein sehr abschreckend aber doch Wohltun fürs Auge dekoriertes Schild Ja das wollte die Freundin was so Aha Äh Ah Si Du hast es vielleicht ein bisschen diese Mister stand Aber Si Ja Das ist vom Vegas Das stimmt sogar diese Da ist dieser Namen dieser eingestickt Der 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 sieht wirklich aus wie einer von der Armada den ich mal kennengelernt hab der hatte von nichts Ahnung Oh si Den hatte ich diese auch schon mal diese gesehen Da habe ich mich mit dieser Admiral unterhalten weil der Admiral hat aus welchen Gründen auch immer meinen Tiger gehabt in dieser HAG und was los Entschuldigung alles diese gut eine Herausforderung Das ist ja schon fast eine Ehre aus welchen Gründen auch immer hatte dieser Admiral meine Tiger See um diese wieder zu holen musste ich zu ihm segeln und mit weißen segeln das hat mir immer tierisch auf diese Eier sehen aber es musste diese sein natürlich und da ist auch einer von irgendeiner von dieser fußvolk von dieser armada hat sich mit dem admiral und mir diese eingemischt ich habe ihm dann russ angestaut und gesagt wenn männer reden hat diese fußvolk diesen mund zu halten diese ja war er wieder dieses stil ja das hatte ich auch mal da waren wir auf der brücke da hatte ich mich mit dem Admiral unterhalten um zu wissen was für eine person er ist und dann kam auch so einer an mit so goldenen hütchen angeflitzt und kleiner das wolfsrudel das wolfsrudel ich so können sie ihren vorgesetzten nicht vernünftig begrüßen erstmal war fast eine minute alles ruhig das sind manchmal diese die gemeint das ist nicht diese in ordnung ich mache selbst sieht wann ich wann und wo ich diese will sie die wenn es um die ehre geht ja richtig naja so gerne auf diese offene see erwischen sie dann würde ich mit der pik über die kopf ziehen dann ist ja auch dieses deal ja diese wie soll ich sie nennen dieser rote haufen ameisen dort der ist so unorganisiert und der gehört weg dieser hafen gehört befreit von der armada ich sage mal so diese insel ist diese verflucht ich selbst wenn wir irgendwie aus irgendwelchen gründen das interesse hätten diesen hafen zu sagen wir mal diesen einzunehmen sie würde es nicht so viel diese sinn machen weil er ist diese verflucht er ist verflucht da gibt es so viele von diese zwerke die übertragen diese schwarze ratten fest diese oh oh tantchen demnächst gehen wir nicht mehr briefe da lesen ist Ihnen das nicht aufgefallen das ist eine komische stimmung nein aber ein komischer beißender fauliger nach tot stinkender geruch fällt mir dort immer auf das könnte vielleicht sein die sind ein pirat den sie haben geköpft und der liegt da seit den wochen ich muss sagen wenn man davor steht vor also rechts die tavernen hat und steht vor diesem geköpften piraten der duft kommt immer von links ich glaube da ist die kaserne das könnte vielleicht auch diese sein ich weiß nicht wie sie waschen ja weil wenn der wind von der anderen richtung kommt dann riecht es nicht so es ist dann zumindest nicht so beißend in der nase haben sie auch übrigens diese buch von diese bangi gelesen nein tatsächlich noch nicht wenn sie in diesem bangi mal treffen fragen sie nach diesem buch über diese rote siege er hatte mir glaube ich davon erzählt aber zum lesen bin ich noch nicht gekommen ich sage mal so der auftraggeber ist sagen wir mal eine sehr nette und höfliche man gewesen sie ich verstehe ich verstehe ein gebildeter und studierter sehr gut es war eine von diesem meisterstück und es hat sich sehr gut diese verkauft wenn ich diese habe richtig verstanden müssen wir doch mal anfragen tantchen bin ich mal gespannt ich habe schon davon gehört naja wir gucken monster mit riesigen zähnen auch direkt ins gesicht ein enzyklop mal diese was was der Admiral mit einer roten siege diese anstellt ist vielleicht ein bisschen diese äckligere jetzt jetzt nicht so viel verraten ich möchte das buch noch lesen das ist ich sage ja bloß diese zwei protagonisten sie mehr die zählen wieder bilder bin gespannt das werde ich vielleicht vielleicht schaffen wir es morgen den könig bangi nach einer ausgabe seines buches zu fragen wenn sie gibt es gar nicht um die bilder wieder los zu werden wenn sie diese bilder wollen los werden dann können sie ziehen mal deine oberteile diese aus bitte nicht hinschel hingucken es geht um diese bilder im kopf jetzt geht sie wieder ein hai boxen oder ich hoffe nicht dass sie sich diese umbringt diese nee das ist gar nicht so einfach wunderbar du hast ihr geholfen sie weiß es jetzt noch nicht aber sie wird ihr diese young was sein in der zukunft wenn sie diese bangi treffen richten sie diese herzlichen grüße die sie auf sie ich soll grüße vom doktor aus richten grüßen sie auch bitte irina sie irina ok aber ich glaube ach die verlobte von ihm ja genau die baldige frau sie natürlich hat der könig mir erzählt dann werde ich beiden tantchen wir sollen der verlobten und dem könig schöne grüße vom doktor ausrichten wir kennen die verlobte nicht du hast egal aber kümmern könig sagen was sie gut das wird das natürlich natürlich wir werden ihn wahrscheinlich morgen sehen ich will so eine ausgabe des buches haben jetzt bin ich neugierig und sie hat in der wochen wegen diese sagen wir mal diese heilmittel die sie gefragt sie wenn sie interesse habe kann ich ihnen auch ein bisschen was von ich habe bisher valeria als eine von unseren crew mitgliedern sie und diese auswalt ein wenig diese heilkunst diese beigebracht sie ah ja dann könnten wir das bei gelegenheit oder beim nächsten mal oder so mal in angriff nehmen das wäre vielleicht interessant ich werde ihnen dann einige dinge erzählen aber sie müssen auch diese bisschen sagen wir mal daran arbeiten und die richtige situation einsetzen und so weiter aber das können wir da muss ein bisschen ruhe dafür da sein das richtig ja und dann können sie sich nächstes mal in fall eines falles ihnen selbst einen verband anlegen oder ihren tantchen sie ah ja super und tantchen wenn wir das nächste mal vorbeikommen bringen wir mal ein zwei säcke voll heilpflanzen mit wir kommen ja mehr oder weniger dran vorbei sicher wenn sie diese nächsten tage sind da ich werde auf jeden Fall versuchen diese cvc und wegen dieser bestahlung werden wir dieses beta wenn es überhaupt eine bestahlung ist diese notwendig also man braucht man muss auch etwas haben um sich rumzuholen und auch ja man muss auch für später vorsorgen das stimmt diese aber ich sehe diese ganze sache als diese langfristig sie das ist auch wieder sie haben eine sie mit dem sie können versenken sagen wir mal diese händler tut es uns auch diese gut sie das ist wohl wahr socke das war schon wieder ein sehr intelligenter ausspruch ne das sag ich jedem er wird sogar diese höflich und geht in die knie ich hab schon mal mit einem das gespräch geführt der meinte der wäre dumm da habe ich gesagt so dumm ist der gar nicht erstens versucht er schiffe zum fliegen zu bringen und seine überlegungen sind für mich auch ganz logisch denn es gibt ja auch fliedermaus anzüge mit denen man fliegen kann und man sollte ihn einfach in die es nicht aber ich habe heute was interessantes gehört vielleicht ist es für sie auch interessant diese fässer mit denen man sachen sprengen kann wie berge und so die kann man wohl mit kanonen abschießen und sollen sehr sehr effektiv sein ja 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 irgendwie sowas hab ich jetzt was falsch gemacht und sie haben was in diese Bewegung gesetzt was könnte eventuell dieses sicht gehen er hat schon heute mittag kommen sie mit ich sage ihnen diese man sieht noch diese brandflecken diese also die hat er etwas in diese luft gesprengt wenn sie sehen hier ist auch noch dieses maus buren die leute hier gemacht haben die sagten die sind mehr effektiver als zehn kugeln und hier sind auch ganz viele oh mein gott was hat er gemacht wenn man die wirklich abschießen kann wenn das stimmt was wir gehört haben und die so viel stärker sind dann macht das ja sinn ja heute richtig ich habe es heute gehört die kann man wohl abschießen und sollen mehr als zehn kugeln bringen aber was stimmt ich habe es noch nicht probiert sie haben uns sagen wir mal unsere geheimwaffe kennengelernt diese wir haben mit dieser mit dieser frau die dort sitzt haben wir diesen kurs sagen wir mal ich glaube die hat einen fehler im kopf die gute frau nur eine ausgenutzt und die sind kurz sagen wir mal diese zu foltern diese das ist ja schon fast unmenschlich oh nicht auf unser schiff das passt nicht dann vielleicht nur in große kanon ich habe es auch nur gehört und wollte das wissen weiterleiten stop nein du machst nicht schon wieder diese hier kaputt da ist immer noch nicht alles repariert guck dir diese an da fehlen noch viele diese steinplatten wie viel fässer hat der denn in der husentasche oh oh ich bin weg handchen komm da weg oh sind das die fässer weiß ich nicht jetzt hieß sprengfässer ich weiß aber nicht welche kanonen jetzt ist hier alles auch wieder dreckig du in den fässern wird schwarzpulver benutzt du machst dir alles diese sauber und machst alles wieder diese blitze blanke noch keine fachpistole du reparierst diese guck auf den boden da fehlen diese steine du könntest mit deiner holz bein diese hängen bleiben und dir dein genick diese brechen dann hast ein problem weniger ne oh no jetzt sei nicht wieder diese eingesnabt diese wenn du hier was in die luft brengst musst du auch wieder diese alles wieder heile machen krieg ich mein fachs wieder nur wenn du mir versprichst nicht so wieder die eine von diese zu zünden ich zöne ganz mal vom fachs shit stand weg jocke du bist ein wenig wahnsinnig nun wieder was von deinen drogen ah schlag ihn danke diese entschuldigt mich ich muss mal kurz aufs schiff alles ist in ordnung so du räumst dir alles auf und machst dir alles wieder diese blitze blank nicht mit dieser pistole sondern du stoff diese löcher sie oder hat valeria doch abgenommen was habe ich diese valeria abgenommen non da hast du jetzt frisch eine von dieser halbe zerster um gemacht ich markier das nach rot hast ist aber wieder diese heile hast du verstanden einfach mit den hammer ein paar neue steine reinklopfen geht recht schnell wie das krieg so diese hin ich glaube leute die unter mir stehen die sind aber jetzt nicht diese da war ja nicht die rede dass ich das jetzt machen muss doch jocke lass uns noch verabschieden mein freund ich danke dir wir sehen uns wieder was für eine nudel warte nein das einzige was ich weiß dass der admirale mal beim verabschieden irgendwas von meiner mutter wollte also ich kenne nur seine komische spruch mit dieser grande nudel ich glaube ein etwas anderes wort irgendwas mit conchita bla 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 und conchita heißt deine mutter ja ich weiß nicht ja der sagt doch immer so langen verabschiedungssatz und ich hatte mal jemanden bekannten und der hatte auch das wort benutzt sie hasst den ab den ersten tag an die wollte schon direkt am ersten tag einen über braten ja kann ich diese verstehen er redet bei diese vogelstraus immer von diese schnubbelibubs oder so etwas ich glaube mir hat ihn in diese gehirn geschissen es ist eine vogelstraus keine schnubbelibubs und wissen sie wenn sie nicht noch nicht leiden kann und den hat muss den wollte sie auch versenken und das finde ich diese ganz gute hat muss ein riesengroßes dieser arschloch wissen sie was der valeria gemacht hat sie nein ihre hüschen die versucht zu klauen sie und diese andere zimmermanne oder was diese gewesen ist diese lasse der hat sich diese erringt sie der hat diese schon einmal diese getan das ist ein pack von perversen vollidioten sie hat eine feine nase da passen sie ein bisschen auf ihre diese ruse auf sie naja also sie wird wahrscheinlich an den beinen aufhängen wenn er ihr zu nah kommt sagen ich mal diese valeria ist auch eine meins du raten sie weil dieses andere bein hat ihnen diese abgenommen sie na glückwunsch wunderbar er hat er hat es nicht so mit dieser fuß fülle gehabt er hat gemeint er hat eine von diese eingewachsene fußnagel gehabt sein halbes wein hat diese war diese verfolgt sie das not dass jocke mit einer kanone rumspielt jocke möchtest du rum was ist diese problem das sind keine diese feinde ich weiß aber ich wollte aufräumen wieso aufräumen du sollst sie reparieren kommen wir trinken rum trinken wir rum es ist besser als wenn wir tut es auch ein schwarzbier ja ja mein freund auch nur mal deine patsche händchen wir kommen in unsere rafen dann werden sie auch von uns diese versorgt sehen wir haben ganz viel von dieser rum und von dieser schwarzbier ey wir haben das auch immer dabei wenn wir ein freundliches gespräch haben tannchen trinkt ganz gerne ein und hat gar nicht gerne eine trockene kehle weil er diese messer socke ist sagen wir mal auch wenn er nicht wie es aussieht eine gute koch wenn er nicht gerade dieses schwarzpulver in diese sm ist das war ein huhn ein huhn war auch essen du wolltest es und stoppen und hast gesagt er diese pulver brauchst du diese das stand salz das stand nicht diese pulver und auch nicht bestimmt nicht dieses schwarzpulver es war ein pfeffriges hühnchen das ist pfeffriges hühnchen hat unsere halbe küche dieses erst dann kocht er ja genauso gut wie du tannchen hey ja du lebst immerhin noch aber die küche schon zweimal nicht aber du hast es jetzt diese gelernt pulver ist dieses salz und nicht dieses schwarzpulver wenn er steht in diese kochbuchs und was nämlich dann wenn das alles steht dann nimmst du das das ist ja geklärt ich hoffe diese gut jocke spiel nicht so viel mit sprengstoff rum wir brauchen dich noch am besten in eine stück es fehlt ja schon eine von diese beine und eine von dieser auge jetzt stell mal vor dir fehlt eine hand ich habe auch schon mal jemand von dieser hand abgenommen oh ja siehst du jocke pass auf deine hände auf dann kannst du keine kanonen mehr bedienen und nicht mehr kochen ja geht schlecht mit dem haken dann ist die warme bockwurst im eimer oder wie nannte der könig das dann kann er seine knüppel nicht mehr auf diese halten genau nun ja wenn sie bei diesen bangis sind dann sprechen sie mal ihnen auf deine knüppel diese anziehen und ob sie ihn auch mal diese halten dürfen ja das ist schon ein schelm ja das ist schon ein schelm frauen sind das ist ja sehr merkwürdig sie ja na wer versteht vielleicht man die sachen diese falsche ja wer weiß wer weiß diese rechte fleck das ist diese wichtig sie ja ja das stimmt ich mag ihn genauso wie den klaus diese glücklich diese irina das ist auch wichtig ah gut das ist schön sie ist auch eine eine handelspartnerin diese und sie hatte auch eine sagen wir mal eine nicht so einfache vergangenheit sie war auf einer von dieser sklaven schiff das bedauerlich und konnte sich befreien und letztens hat sie diese erzählt als sie zum ersten mal diesen admiral hat diese kennengelernt hat er gerade auf diesen marktplatz von dieser stelle 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 sagen wir mal ich glaube seine davon hingerichtet sie weil er meinte das wären diese piraten gewesen sie können sich natürlich vorstellen was in diesem kopf von dieser arme miss denver ist diese vorgegangen ja natürlich wenn sie zuerst dort gelandet auf diesem freihafen und hätte diesen admiral kennengelernt hätte sie vielleicht auch nicht diese überlebt so denkt sie zumindest diese ja verstehe ich nun ja sehr spät geworden wir sind auch schon sehr lange auf den beinen ich möchte mich verabschieden ich wünsche Ihnen eine gute Heimreize und viele von dieser verdammten sie ah danke das ist sehr gut dann ja auf bald und immer schön den Kopf auf den Schultern behalten ja sie auch bitte diese ja sicher sicher sie melden sich einfach wieder diese natürlich natürlich wir werden frühzeitig einen Brief hinterlassen für den guten Jocke wunderbar und Jocke wenn du das nächste mal vorbeikommst und so das Säckchen was da steht da gibt es immer was zu essen drin was alles deckt einfach bedienen und einfach mal anklopfen mach ich muss die Tage eh dahin dann siehst du dann kommst du einfach vorbei das mach ich alles klar wenn soll ich nicht anfassen die Tiere die Tiere die Wölfe haben einen sehr hohen Schutzinstinkt ach so nee mach es schon alles klar dann mach es gut pass auf dich auf und behalte alle Hände Finger und Augen dran danke ja auch tschüss 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 er hat da nicht mehr so viele Hände doch Hände hat er noch diese schweige den Augen doch ruhig meine Hand na du kannst mit er möchte auf wiedersehen diese tschüss tschüss dieses Licht der ist doch schon ei 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 ein ferner Kerl beide beide sind ganz feine Kerle oder wie siehst du das ja einer ist nur ein bisschen abgedreht trotzdem ein feiner und direkter Kerl die oder wie siehst du das versuch lieb